Lass mal ein paar Dinger hier reinziehen, Dicker. Ich hab hier gute Sachen. Bro, das kann sein, dass das die Agenda hinter der ganzen Scheiße ist, die gerade abgeht. Sag ich dir so, wie es ist, Bruder. Wir werden jetzt ein Zeitpunkt in Zimbabwe, wo all das Gold, das wurde von den Europen zurückgekehrt, wird zurückgekehrt. Du willkommen, Wladimir Putin, hier. Natürlich, wir willkommen. Ein Mann, der sich in den Krieg von den Internationalen Krieg verabschiedet hat. BBC, wie die Juden selbst blamieren. Hör zu jetzt. Real talk ist ein Fart. Has Nigeria dropped an Atomic Bomb? Have they killed off millions of Native Americans? How dare you put yourself in that position as a moral judge? I think you should keep quiet. Shut the fuck up, Bro. Lass mal ein paar Dinger hier reinziehen, Dicker. Ich hab hier gute Sachen. Auf jeden Fall, ich überleg grad, ob ich das sogar hochladen soll. Wie lang geht das? Vielleicht kann man es sogar hochladen, YouTube, falls wir das hochladen. Ich liebe euch auf jeden Fall. Gang. Dabei ist alles, Wald, dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Diese Numerical Miracles in the Koran will blow your mind. 23 plus 23 is 46, which is the same number of chromosomes a human has. 23 of which come from your mom and 23 from your dad. The word month is mentioned 12 times and the word day is mentioned 365 times. Come on, months 12 times, the day is 365 times. Das ist krass. Land is mentioned 13 times and the sea is mentioned 32 times. 13 to 32 happens to be the ratio of land and sea on earth. How is it that the Koran, which was revealed over a 23-year period with verses being revealed not in order has this many numerical patterns? This cannot be the work of man. The Koran must be divine. Oh, das ist krass. Oh, das ist krass. ...as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German and they're also extremely offensive to people who have actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I don't respect the crocodile tears. The crocodile tears. No. I'm from folks. Digga, das ist krass. Hört mal zu, Freunde. ...to play before an audience the Holocaust part. Now I feel compelled to, my late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz-Concentration camp. My late mother was in Maidani-Concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw-Geno-Uprising. And it's exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of hope that Israel daily commits against the Palestinians. And we refuse any longer to be intimidated if you had any harm to you. You decline the Palestinians. I don't know what I'm talking about. Woo-hoo, Digga, ich schwäß hier, Bruder, Alter. Gänsehaut am ganzen Körper, Bruder. Ich küss dein Herz, Alter. Fuck. Boah, Digga, das geht durch die... Das geht durch die... Bro, das... Boah, Digga, scheiße. Ich hab mir das gestern bestimmt zehnmal hintereinander angeguckt, meine lieben Freunde. Sehr heftige Sache. Sehr emotional. Sehr krass. Ich hoffe, ihr habt es gehört, was der Bruder gesagt hat, so. Free Falastin an der Stelle. Ich küss euer Herz. Und der Typ ist selber Jude, ja? Seine Eltern waren beide in Konzentrationslagern, so. Also kommt mir nicht mit so Dings hier. Weißt du, wie ich meine? So. Sehr krass auf jeden Fall. Ich hab so... Ich speichere immer so geile Dinger, so Reels-Sachen, weil, äh... Ja, Digga, das ist interessant. Weißt du, wie ich meine? Und die inspirieren mich. Ich speichere die Sachen, die ich extrem fühle, so. Eigentlich ist das ein cooles Konzept, Digga, sag ich dir ehrlich, oder? Können wir ab und zu mal mit einbauen, dass wir so zwei, drei, vier Sachen, die ich selber speichere, hier im Stream reinziehen, so. Weil das sind echt... Das sind echt geile Sachen teilweise. So. Komm. Do you think people can be born gay? No, I don't. And there's no conclusive evidence to that. You know, a lot of gay people say they were born that way. They said that, you know, you say... A lot of murderers say they were born murderers. A lot of pedophiles say they were born pedophiles. Identity was not listed in the DSM as a illness. They had to... Bruder, das ist krank. Sag ich dir so, wie es ist. Changed that. And I think they did that on purpose. Because there's an organization called the North American Association for Man and Boy Love. They're trying to normalize and legalize pedophilia. Bro, das kann sein, dass das die Agenda hinter der ganzen Scheiße ist, die gerade abgeht. Sag ich dir so, wie es ist, Bruder. Oh, my goodness. In fact, it's already been predicted that when the next DSM comes out, pedophilia will be normal behavior. Wild. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lie? You lie about weapons of mass destruction. You lie about connections to 9-11. You lie about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq. If you said the Greek, my friends are dead. They're just in the castillo. You killed people. You lie. You lie about WMT. A million Iraqis. Geil, Digga. Der ist einfach durchgedreht. Bruder, der ist einfach durchgedreht bei so einer Konferenz, wo George Bush steht da gerade auf der Bühne. You're dead, because you lie. So schnell as fuck. Leadership in government is political power. And political power is an official form of antagonizing the people. Politics are necessary. Politics are rules in politics. Digga, der kleine Junge ist auch krass, ja. From the people. Free enterprise. Digga, heftig, oder? Einfach so ein kleiner Junge, Digga. Ich küsse dein Herz. Digga, was geht ab, bro? Hey, this is inspiring, bro. Brics is a good thing. Kill the American dollar. You come to me, you want to buy gold, and then you give me papers. And then you call that business. No. And right now the economy is running on the false idea of Nixon. Who removed the American dollar from being gold-based to being paper-based. So Americans don't need any backup for their economy. All they go is good. Wenn du so überlegst, ne, Social Media, das ist auch ein sehr interessanter Talk hier, sehr interessantes Video. Und das hat Social Media auch möglich gemacht, so, ne. Also man kann diese ganzen Sachen auch für positive Dinge nutzen, so. Ich hätte niemals mitgekriegt, was jemand in Afrika über jetzt zum Beispiel den amerikanischen Dollar sagt, wenn es Instagram nicht gegeben hätte. Weißt du, was ich meine? Und das muss man schon sagen, ist schon eine, echt, es ist eine gute Entwicklung, so. So viel Leid, wie das Internet und Social Media auch mit sich gebracht hat, man kann das ganze Thema auch, ähm, gut nutzen, so. I love you, bro. Back home, bro. Oh, der ist krass auch, der ist krass auch. Warte mal, Digga, sollen wir weiter reinziehen oder sollen wir in irgendein Video reingehen, Digga? Seid mal ehrlich, feiert ihr das oder nicht, Digga? Eins in den Chat, wenn wir noch ein, zwei Dinger hier reinziehen sollen. Aufentspannt. Der ist krass, Digga, der nächste ist krass. Ich habe, ich habe gesagt, hat, 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 ist eine neue Talent, right? So, das ist einfach, doch. Es ist. Hat, 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 hat. Ich habe, 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 ich werde. We'll get all the views. Violence, stupid New Challenge. A whole lot of ignorant dudes on a New Challenge. Hacking algorithm, however you can. Getting booked for 2000 because they posted nude styling. Think about it. Hat, 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 hat. I saw a bitch on red carpet, I said, tell me what you do. Sie sagt, ich bin pretty, ich pierce meine Klippe, meine Tittys, mein Bellybutton auch. Ich twerk für die Gramm, meine Videos, ich bekomme ein heller Bunch of Views. Das ist sehr cool, aber erzähl mir, was du machst. Das ist Facts. Holes winning be the image they pumping. Bitches getting famous, so famous niggas, they fucking. Aber es ist die niggerfault, die getting caught. End of discussion. You can't blame the Holes at the end of the day. Them bitches is hustling, man. Hustle it in, bro. Alter, der hat einfach so kurz mal den Freestyle rausgehauen. Richtig krass. Geile Sache, dicker. Das ist Rap, bro. Ich weiß, viele Leute haben vergessen, aber das ist Rap. So für alle jungen Leute hier unter euch. Das ist Rap. South Africa is a treaty member of the International Criminal Court. If Putin comes here in August as planned, your government will be obliged to arrest him. As head of the ANC, do you believe your government should and indeed will arrest Vladimir Putin? According to the ANC, we will want President Putin to be here even tomorrow. You would? To come to our country. You will welcome Vladimir Putin here right now. Of course we will welcome. A man who is being investigated for war crimes by the International Criminal Court. BBC, kommen wir, die sich wieder selbst blamieren. Hör zu jetzt. Real Talk, sein Vater. Come him to come here as part and parcel of bricks, but we know that we are constrained by the ICC. Putin is a head of state. Do you think that a head of state can just be arrested anywhere? How many crimes have your country committed in Iraq? How many crimes have everyone else who saw for who came today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? You're making a lot of noise about Putin instead of working for peace between Ukraine and Russia and you fail to resolve the war. Where are the weapons of mass destruction? Tony Blair went... Wo, wo sind die Waffenbruder? Where are they at, bro? Where? ...to Iraq and claimed that they are weapons of mass destruction. More than millions of people have died in Iraq and Afghanistan and there are no weapons of mass destruction. We know what the war is about between Russia and Ukraine. We want peace. That's what is important. So that the world can thrive. We don't have much time left. Bro, Africa first, brother. Glaub mir, die Welt wird sich verändern, dicker. Trust me, bro. Es wird sich alles verändern, Diggi. Ey, ich liebe diese Reels-Sachen. Sag ich dir ehrlich. Ich guck mir das gerne an. Ey, komm, der letzte hier, komm. Wie krass, wie krass die von oben herab immer reden, ne? So Amis, Briten und so. Dann über Nigeria und über solche Countries dann sagen so, ey, most corrupt country und so. Und dann kommt die Antwort, Digger. Hör zu. You go to Nigeria, which is, if not the most corrupt nation in Africa, and it is, it could be the most corrupt nation in the world, Minister Farrakhan. Oh, now, Mr. Wallace. It is the most corrupt nation that I have ever covered. I have been there 25 years ago, and I have been there as recently as last year. Fine. So what? 35 years old. That is what that nation is. Now, here is America, 226 years old. You love democracy, but there in Africa, you're trying to force these people into a system of government that you just have accepted 30 years ago, black folk got the right to vote. You're not in any moral position to tell anybody how corrupt they are. You should be quiet and let those of us who know our people go there and help them get out of that condition. But America should keep her mouth shut wherever there's a corrupt regime, as much hell as America has raised on the earth. No, I will not allow America or you, Mr. Wallace, to condemn them as the most corrupt nation on earth. When you have spilled the blood of human beings, has Nigeria dropped an atomic bomb and killed people in Hiroshima, in Nagasaki, have they killed off millions of Native Americans? How dare you put yourself in that position as a moral judge? I think you should keep quiet. Shut the fuck up, bro. So. Scheiße, Dicke. Geil. Ey, das ist ein cooles Konzept, Freunde, oder? Also ich persönlich feiere das, Dicke. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch irgendwie über YouTube hochlade oder so, aber ähm, ich hab immer so inspirierende Sachen und Dinge, die ich geil finde, die ich finde und speichere so. Und, äh, vielleicht können wir da ein Konzept draus machen, dass wir immer mal wieder so ein paar von den Sachen hier im Stream zusammen reinziehen, so. Habt das Gefühl, dass euch das irgendwie gefallen hat, oder? Ja. Ja.